Ich bin gespannt, viel Spaß. Wir probieren das mal. Okay, let's go. Ein Imposter, der erste, ein Imposter. Ein Imposter, natürlich. Ein Imposter. Und ein Jackal. Und ein Jackal. Ein Jackal, ne. Aha, viel Spaß. Aha, und wir sind der Jackal. Hallo YouTube. So, okay, Freunde, ne, wir müssen uns ein bisschen konzentrieren, ne. Ich hab mir übrigens gestern den Arsch abgearbeitet, ne. Ich hab so viel gecuttet und, ähm, geschnitten. Es ist absolut, ähm, bekloppt, ne. Also Videos geschnitten. Es war absolut bekloppt. Aber, man muss sagen, ähm, ich hab bis, ich hab zwei Wochen vorher gearbeitet, ne. Also ich hab jetzt Content bis, äh, bis zum 4. Dezember oder so, ne. Ich bin absoluter Hustler. Das ist jetzt tragisch. Das ist jetzt blöd gelaufen. Hallo Shelly. Hallo Therese. Jeff, wie schreibt man ein Bait? Echt so hängen geblieben, weißt du? Der ist schon länger, der liegt da schon seit... Danke, Miristu. Ich war an Admin-Panel und ich hab gesehen, wie jemand, äh, die ganze Zeit hin und her gewendet ist und dann aus, aus dem Band rausspringt. Der erste, der Mann, der alles kann. Ja, aber du wusstest doch sowieso schon, wer da drin war. Der ist doch mit dir unter der Med-Panel. Ich hab's nicht reingekommen. Junge, die Kommentare im Chat wieder, ne. Nö, wo wir zusammen auf Med-Panel sind, ist ausgegangen, Jeff. Als ich reingekommen bin, war Licht noch so weit an, das war ja riesig. Ich hab's nicht reingekommen. Als Small-Buro verkleidet. Watt. Ja, ist ja jetzt bedauerlich, ne. Ja. Das ist äußerst bedauerlich, ja. Am Admin-Table. Tragisch, tragisch. Ja, am Admin-Table. Nicht Shoshi, nicht Shelly und nicht feine Katze. Wer wurde denn reportet eigentlich? Aber wo ist Maggie? Ja, Moment, wir waren ja alle oben, ne. Faru, Katze. Shelly, Shoshi. Maggie war da auch noch oben. Ah, wo ist Maggie jetzt? Ah, ist ja Jeff und Lesböse, ne. Nee. Da war ja die beiden. Die Runde ist schon vorbei, hör mal. Schnelle Runde. Ja, hör mal. Katze, das, äh, ich mein, äh, Tess, das war ein Warlock wahrscheinlich. Oh. Weil er einfach neben mir umgefallen ist. Nein. Echt? Die Info kam aber spät. Ja. Du bist ja aus dem Wind rausgesprungen, Shelly. Ja, Mann. Wie oft willst du es noch kommen? Falls wir... Ja, ich hab deinen Namen jetzt zum ersten Mal gesagt. Jetzt hab ich's erst zum ersten Mal gesagt. Ah, ja. Vorher hab ich keinen Namen gesagt. Also, wie oft... Ich hab's dir nicht... Keinen Namen vorher gekäult. Du hast es jetzt erst so. Also, Jeff, in einigen Situationen ist man besser still. Die arme Shelly. Ja. Die arme Shelly, ne, Jeff? Was soll das denn, Mensch? Ich will doch auch nur mal spielen. Mhm. Ich überleg' gerade. Katz, hast du mich geworlockt? Nein. Ja, du boten drei oder... Willst du geworlockt sein? Das ist schon wild, ne? Das ist schon wild. Oh, nein. Jetzt hab ich meinen Tisch versaut hier. Mensch. Scheiße. Meinen Arbeitsplatz. Hihi. Der Arbeitsplatz. Natürlich. Genau. Gib mir fünf Minuten, dann bin ich wieder die Alte. Wir sind geil. Schau mal in den Spiegel. Oder schau mal in den Spiegel. Junge, Toni, was ist denn heute los mit dir? Warum bist du denn so nett zu deinem Tersti? Zu deinem Tersti, ne? Dem einzig Waren. Mit seinem Arbeitsplatz, meint er, seine Assi-Höhle. Sag mal, warum beleidigst du mich eigentlich in jeder Nachricht, die du schreibst, Kaffin? Au. Huch. Schade. Tja, kann man nix machen, ne? Einfach den alten Mann im Wend gekillt. Huch. Ah ja. Hallo. Hi. Moin. Hallo. Hi. Moin. Hallo. Hallo. Huch. Wenn du jetzt ja zum Beispiel die Glühbirne austauschen möchtest in der Cafeterie. Da musst du ja vorher die Sicherung rausmachen, sonst kriegst du den Schlag. Ja. Kennst du die fünf Sicherheitsregeln der Elektrotechnik? Nee. Dann hau mal raus, Tersti. Die Sicherung rausmachen. Ja. Ja. Freischalten. Richtig, ja. Genau. Erden und kurz schließen. Gummimatte auf dem Boden, ne? Ja. Gummimatte immer ganz wichtig. Also nicht fliegen am besten. Ja, die Gummimatte, ne? Ja, die Gummimatte. Okay, nee, komm, lass mal konzentrieren jetzt. Ich bin nämlich echt entzürnt hier. Was sind denn alle fünf? Ähm, ja, keine Ahnung, ne? Ja, Tersti, du kannst ja nicht einen Bildungsauftrag anteasern und den da nicht erfüllen. Was ist denn los? Ja, wie in der Hauptschule. Ja, freischalten, erden und kurz schließen, gegen Wiedereinschalten sichern, Spannungsfreiheit prüfen und, äh, keine Ahnung, was noch. So, reicht jetzt. Das klingt wie jeder Meister, den ich kenne. Das lässt jetzt den nicht wissen, aber trotzdem bewerten. Ja, ich bin Hausmaster. Nicht trinken, glaube ich. Ja, ach, du bist Zeitmaster. Das auch. Ja, also, ich kann niemanden framen. Also, was im Chat steht, würde ich, äh, fast noch mit unterschreiben, aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ja, das ist, ich könnte, ich könnte die Person umgebracht haben, das ist richtig. Faru war halt Chamäleon. Ah, genau, Tierar, das ist die fünfte Regel, ja. Ich meine, es kann auch sein, dass er an einem Bait, äh, an einem Bait dran gestanden ist und da jemand rausgesprungen ist, sich dann einen Millimeter bewegt, hat die Person da das gesehen und die hat die Person dann umgebracht und wir kennen eine Person, die wendet. Also, wenn wir jetzt in irgendeine Richtung schießen, nehmen wir vielleicht zuerst die wendende Person. Nein, Shelly ist gut. Aber ich bin eine gute wendende Person. Ist das denn wahr? Bist du sicher? Ja, das ist keine Geschichte von... Oh ja, sie hat die Wahrheit gesagt. Also, da wurde ich Jeff. Der hat die geframed. Oh, dann doch mal. Dann nehme ich der erste. Also, ich habe geskippt. Junge, Junge, Junge. Das wäre jetzt fürchterlich schief gegangen. Hui, 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 hui. Jester, Gesser ist ja mal wild. Hui. Boah, ich wollte schon sagen, ne? Ich wollte schon sagen, hör mal. Da hat er echt zwei rausgegessen noch. Ja, äh, Jeff wusste ich jetzt nicht, welche Rolle er hat, ne? Ähm, teste. Über den Stream sieht es so aus, als würdest du in deinem Zimmer nach einem Kolonnenschleicher riechen. Hahaha, der Kolonnenschleicher. Ja. Nee, nee, da will ich nicht lang. Da will ich mit ihm nicht lang, ne? Da möchte ich mit ihm nicht hin. Ne? Das möchte ich nicht. So, Freunde. Okay, pass auf. Es ist jetzt hier quasi die finale Phase. Und, ähm, im Grunde können wir das jetzt recht einfach beenden. Im Grunde können wir das jetzt recht einfach beenden. Shashi liegt, ähm, auf der Türschwelle zum Admin. Ich glaube, Vlesk ist Killer. Echt? Mhm. Echt? Mhm. Ah. Ja. Kann gut sein, ne? Ich weiß es nicht. Ja. Hm. Sie fragen, ob es Maggie Prosecutor ist und mich rausekeln will, ne? Hm, ja, du Killer bist. Dann wäre Terster oder Killer, sprich, dann hätte ich gar keine Wahl mehr. Was meinst du? Ich meinte, weil du Killer bist, weiß ich ja, dass ich kein Prosecutor sein kann. Bin aber auch kein Killer. Wo warst du denn jetzt gerade? Ich war Simon Says fertig machen und bin da links gelaufen. Ich bin bei meiner letzten Task, die 1 bis 10 Task, bis zu 9 gekommen. Und dann war der Report da. Wo war Terster? Ich war jetzt gerade am Ende in Cafeteria. Was hast du davon? Aber das ist nicht immer die letzte. Ich habe 7 von 9. Wer meint? Ich bin erst, ähm, wollte ich nach links oben. Dann war aber Vlesk mit mir in der Decon und dann bin ich wieder rausgelaufen, weil ich hatte Angst, ne? Und dann habe ich Hunger bekommen und bin auch mal in die Cafeteria gegangen. Ja. Aber die Schnittchen, die Schnittchen waren aus, ne? Ja. Das habe ich so gemacht. Er ist Karl. Jack, Terster. Karl? Ne, ich heiße nicht Karl. Peter, was hält nicht hier eigentlich Terster WTF Terster los? Was meinst du im Let's WS Killer? Ich gehe, äh, gerade stark von Terster aus. Ich dachte, du bist Prosecutor. Es kann sein, dass du Prosecutor bist. Aber dann habe ich eh keine Chance mehr. Ich muss darauf vertrauen, dass das nicht der Fall ist. Und du klingst gerade minimal vertrauenswürdiger. Muss aber zugeben, dass ich keine Beweise für irgendwen habe. Ich gebe zu, ne? Das mit den Schnittchen war gelogen. Ja, ich muss Terster wohnen. Ah, nein! Ah, ich dachte, ich hätte gewonnen. Smeggy! Ah, Smeggy, hast du mich jetzt hier verarscht, ne? Hä, aber du kannst doch seine Story nicht unterstützen, indem du sagst, dass du ihn gesehen hast, wie er Richtung Reactor gelaufen ist. Ja, aber das war ja so. Ja, ja. Warum soll ich denn lügen? Der ist schon auf die Post, meine Runde 1 umzukriegen. Doch, Smeggy. Ich dachte, ich hätte dich schon, weißt du, quasi... Ja, als Unterstützung, ne? Schade. Schade. So knapp wieder, ne? Mit dem Einkaufen üben wir noch, ne? So knapp. Und das Katze... Katze, wem? Ich habe jetzt seit Runde 1 gesasst, ne? Ja, Freunde, ne? Das war, Freunde, das war natürlich doof, ne? Hallo, YouTube! Bitte, Kinder! Einmal an die Leute auf YouTube. Ich will nochmal kurz darauf hinweisen, wir laden zur Zeit jeden Tag ein Video auf YouTube hoch, immer um 16 Uhr. Und wenn ihr supporten wollt, lasst mal gern kostenloses Abo da und schreibt mal einen lieben Kommentar in den Kommentarbereich unten und liked das Video. Kuss geht raus! Vielen, vielen Dank für euren Support! Euer Theasti! Kuss geht raus!